Servus beieinander, ich bin StarBadWood und ich euer Zerkopf und wir begrüßen euch zu GTA Online. Kann man nicht alle sehen? Wir machen heute eine der neuen Missionen. Danke fürs Zuschauen, haut da rein und immer brav sein. Tschüss. Schau mal Leute, es sieht nicht schön aus, dass ihr seid hier auf Beta an der Wand. Großen Dank an den Orca, der hatte nämlich das Geld, wir hatten es nämlich nicht und hat die Firma erstellt. Der Batsch geht aber so durch die Räume, als wäre es sein Ding. Mit dem Chef-Jackerl. Muss ich aufs Dach oder Büro zu Fuß? Okay. Naja, ich verlasse das Büro übers Dach. Ich will Jumping. Ihr müsst auf mich warten, noch nicht losfahren ohne mich, gell? Ich fahr kurz, ob ich den Knopf drücke. Jump nach. Wo steht denn mein Auto? Oder hinten irgendwo? Hups. Äh, wo bist du du? Jumping! Dann fahr ich bei Walker mit. Wo müssen wir denn hin? Ich bin der Diego! Scheiße! Aber ich kann einen Zweitfallschirm, das ist blöd jetzt. Ich komm schon! Bin da! Was schlechte Neuigkeiten, irgendwer hat nicht durchgehalten und unsere Ware liegt in einem Sicherheitstransport, ein Polizeigewahrsam. Warte, ich brauche mein Fahrzeug. Ah, ihr seid zu schnell. Ihr seid ohne mich unterwegs. Ich habe nicht so ein schnelles Auto. Dann komm runter! Ich komm! Müssen wir die Bullen töten oder? Warte, 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 warte! Oh, nicht ganz runter! Warte, ich komm schon runter! Ups! Achtung, bin gleich unten! Ja, zwar! Ich hätte mir vielleicht eine Schutzweste davor anziehen sollen. Ich bin drin! Hol den Schmuck ab, okay? So, ich hock auf dem Beifahrenplatz, ja. Wo ist denn der Heli? Da hinten. So! Achso, ihr habt den Schmuck schon, okay, ist gut. Ja. Kann das sein, ganz so flüssig läuft es gerade nicht? Bei mir lädt es gerade etwas. Wow! Ach, das ist mit Lester geht hier? Okay. So, ich mach den auch gar nichts. Ich sitze einfach nur da. Perfekt läuft. Wenigstens verstecke ich mich nicht im Container. Aber ich kann nebenbei auch Lester mal anrufen. So, Bullen müssten weg sein. Das Auto verschwindet einfach so? Oder ist ein Heli? Also wenn er mal drauf reagiert, dass das Auto weg, also dass die Bullen weg sind, wird es halt. Jetzt haben wir wieder Bullen. Was soll denn das? Tja. Keine Ahnung. Vor allem bei mir teleportieren wir uns gerade immer nur. Ja, gell, ist schon ein bisschen komisch gerade eben. Ja, aber richtig. Es ist noch nur Auto, es verschwindet und spawnt woanders wieder. Ein Stück weiter vorne. Ja, bei mir fährt der Orca von einer Wand zur anderen und dann ist er auch auf einmal wieder richtig. Ja, er versucht dir zu entkommen. Verstehst du es nicht? Das ist... Und dann teleportiert er sich wieder. Er ist ein Hacker. Hier kam ja jetzt die Rakete her. Hier schaut sich das aufgeragern. Ah, ok. Hm. Jetzt haben wir schon wieder einen Stern. Ja. Das Blöde ist, ich kann im Moment nur nicht reagieren, weil dafür... Ist klar, ich verstehe schon. Ist klar, ich verstehe schon. Oh. So. Hilft es was, wenn ich nochmal Lester anrufe? Wahrscheinlich nicht. Ach, das geht? Den muss ich da anrufen für das? Achso. Ah, gut. Perfekt. Ja, ich glaube, das waren die Bullen. Jetzt schauen es wieder aus, als wären die Lacks weg. Die Bullen sind doch auch Hacker, hm? Ja. Okay. Noch ist es ja nicht so voll. Aber die Lager könnten irgendwie auch angegriffen werden, oder? Wieso springt jeder raus und sagt ihm aber nichts? Okay. So, was ist denn das eigentlich für ein Symbol? Da, wo überall jetzt die Geldzeichen auf der Karte sind, das sind Missionen, oder wie? Ah, okay. Ich weiß schon, ich weiß schon. Das sind die Herausforderungen. Gaut dem Himmel. Los! Wir schaffen das. Wer als erstes da runter fliegt hat von... Ah, ich meine, wer als Letzter oder... Ich bin nach oben. Ja, gut. Ich habe gewonnen. Okay, definitiv. Hey, nicht... Was soll das? Ich bin... Ah, am 8. Bezirk. Wirklich? Er läuft. Aus dem 12. Hey, ich bin im 12. aufgewachsen. Ja. Komm, Sergeant. Habt ihr keine richtigen Namen für Stadtteile? Achter Bezirk, 12. Bezirk? Sie haben gegen Knast... Wir haben Knast bei euch. Das ist richtig. Ihr macht das ja irgendwie falsch. Ich meine, wir machen es uns einfach unkompliziert und jeder checkt, was wir meinen. Bei uns gibt es Stadtteile, die halt einfach heißen. Also die halt jeder jetzt anders heißen. Achso. Das wird zartvoll. Oh, warte. Oh, scheiße. Ich würde aufsteigen. Aufsteigen. Komm, schnell. Oh, fuck. Hä? Wieso kann ich nicht durch die Tür der Reihe gehen? Scheiße. Ich habe es nicht überlegt. Achso. Jetzt habe ich schon geklingelt. Wo bist du? Schade, dass man Maze Bank Tower nicht wohnen kann. Achso. Oh, geil. Wir schießen ja immer wie ein Bullen. Ich dachte jetzt, dass man halt so eine richtige Bohnung und einen Tower hätte. Das wird gut. Ne, wir haben keine Probleme. Wir haben. Aber mein Finger juckt. Wir sind doch eh gleich da. Was ist denn? Don't cross the line. Ah, okay. Ich meine, das Spiel hätten es ruhig so in die Ladescreens reinhauen können. Ja, dann würden die Ladescreens wahrscheinlich noch länger dauern. Ja, aber das checkst du gar nicht, dass die länger dauern. Weißt du, weil du eh beschäftigt bist. Achso, zu zweit kann man das gar nicht spielen. Das Don't cross the line. Läuft mir noch. Der steht noch da. So, einer muss uns aufmachen. Wir läuten jetzt an. Hey, jetzt spielen wir gerade da und cross the line. Nö. Nö. Ach, das ist sowas Snake mäßiges, oder? Wie lenke ich denn hier? Ach, ich bin, ich bin, ich bin ja pink. Ach, Redzert. Moment. Ich fach. Ich fach. Ja, nur noch eine Runde. Dann, 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 dann. Öffnet uns irgendwer die Tür, oder? Licht. Ja, sofort. Nein, wir haben doch keine Zeit. Warte. Achso. Kai ist gut. Game over. Ah, cool. Ich habe ein neues T-Shop bekommen. So. Kriege ich jetzt Geld? Hast du gerade nochmal? Also, ich habe gerade 6000 bekommen. Lässt du die Leute über den PC rein, oder was? Ich will ja mehr als 6000. Hat er nicht irgendwas von 200.000? Oh, da hat aber einer einen edlen Whisky stehen, den probiere ich doch gleich mal. Ah, okay, das Lager ist noch gar nicht voll. Okay. Das ist scheiße, und da gibt es in GTA genug von solchen Leuten, hey. Ich verlasse das Büro. Das Tiermaterial. Geht der Zock jetzt wieder aufs Dach, oder? Nein, diesmal nicht. Richtig. Praktisch, dass es vier Aufzüge gibt. Jetzt mal fahre ich mit meinem Auto. Ah, mein steht eh da. Passt schon. Ach, da fahre ich... Da nehme ich doch den Heli mit. Da sind zwei Helis unterwegs, das ist auch nicht schlimm. Wow. Ja, jetzt gehe ich wieder ein bisschen mit dem Auto herum. Oh, yeah. Oh, Orca schlägt Funken. Den, 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 den. Wenn es um Kohle geht. Warte, da ist wer. Ja, ich musste nur sehen. Oh fuck, die sind ja oben. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hoch? Hier. Hier, hier, hier. Also ich bin schon im Waffensystem drin, ich sehe nur noch keine Gegner. Ja, die sind eine Straße weiter, die Gegner. Wo ist er? Scheiße. Aber mit dem Auto ist das scheiße. Okay, war Blödsinn. Geht schon. Die entfernen sich ja eher, oder? Jetzt sind sie da hinten bei dem... Wow. Wo ist er denn? Ist er das? Jetzt kommen sie hier die Straße eigentlich hoch. Hey, da ist er. Runter. Das sind die in den weißen Fahrzeugen, oder? Na, ich habe einen. So. Ich habe eine Kiste. Ich bring die jetzt irgendwo hin. Oh, die haben wir die Reifen zerschauen. Ich habe keine Schusssicherheit bei dem Fahrzeug. Das ist blöd. Okay. Und dann meinst du einen Hauhunter. So du du. Ich fahr mal ins Lagerhaus, okay? Bin schon dabei. Upsi. Okay. Ja. Ist mir eine Anzeige mit Anzeige. Achso. Boah, mein Auto ist auch im Arsch. Ja, Mädel, wir sind die Cops doch gleich los. Halt es mit der Ruhe. Geile Landung. Achtung. So. Einfach. Ah, okay. So. Ah, so schaut das Lager aus. Okay. Ach, du warst noch gar nicht drin. Nein, ich war noch gar nicht drin. Was ist das? Was ist das? Notebook? Headset? Fernseher? Ja. Ja, Handel mit Elefanten hören. Das finde ich nicht gut. Finde ich jetzt nicht gut. Aber bring doch ordentlich Kohle. Kopfhörer. Fernseher. Kann ich mit einem Fernseher abstauben? Oh, warte. Geh mal in die Ego. Schau mal sich das an. Ein bisschen Schmuck. Oh, schöner Wein. Und Kippen. Oder ist das ein... Ne, das sind Kippen und Wein. Oh, läuft. Das ist aber geil. Hey, das ist geil. Da. Was ist denn das eigentlich? Ist der Wein auch von Redwood? Ne. Ach, das ist Champagner und kein Wein. Sogar Medikamente, hm? Ja, Zockiki, du mal weg mit deiner Drogensuchter. Das ist nichts für dich. Ah, ich brauch aber unbedingt. Pack die mit. Dann fehlen nämlich auf einmal wieder die ganzen Schmerztabletten. Ja, der isch ja, sie brauch des. Oh. Oh ja, Screwfahrzeug. Genau. Läuft. Ich klitsch durch die Tür. Find ich auch nicht schlecht. Echt? Bei mir bist du eingestiegen. Ne, der Zocki macht's einfach wie Flash. Der klitscht nicht durch. Der ist durchvibriert. Ich vibriere. Ja, voll. Ich vibriere mich durch. Das ist, weil ich den Ding noch von meiner Freundin hinten habe. Blödsinn. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Du. So, schnell Nachricht schreiben. Alles gut. Super. Die Technik. Aber cool, wie oft man da RP bekommt, wenn man in der Nähe vom Orca ist. So, ich bestelle mir gleich mal ein anderes Fahrzeug. Das, was ich vorhin gehabt habe, das war ein Fehler. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich ziehe mir mal die Crew, also das Crew Outfit an. Das wollte ich, gell? So. Okay, er steht jetzt unten. Ah, er steht da hinten. Ich hol schnell her. Und dann komm ich hoch. Hey Baby. Was geht ab? Ah, hier hat sich doch schon jemand was aus dem Lager mitgenommen. Den guten No-Go-Wodka und Redwood-Kitten. Da hat sich jemand Koks mitgenommen. Das ist meins. Kann das sein, dass du dich jetzt so mitten auf die Couch gehockt hast? Ah ne, doch nicht. Ich dachte schon. Öffnet mir irgendwer die Tür, oder? Für was hast du diese Kriterien, die mich gar nicht reinlässt? Das war's. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Die warten wohl alle an der Tür. Ja. Ich hab mir schon gedacht, ich bin gekündigt worden oder so. So. Das ist ein Tabelle sich für einen Mitarbeiter nur am surfen, das ist echt cool. Das ist eine Katastrophe, heißt. Hör auf jetzt zum Sauffahren mal, Petsi, das ist nicht mehr normal mit dir. Alter. Ich bereite mich nur mental auf die Missionen vor. Und der Typ war Mitarbeiter des Monats, ist das dein Ernst? Ich hab zumindest keinen Koks aus dem Lager mitgehen lassen. Das war schon meins vorhin, das hatte ich schon vorher in der Tasche. Echt? Ich renne immer mit so drei Kilo herum. Das reicht gerade für deinen Tagesbedarf, oder? Ich muss, ich brauche das. Ich bin ledig, ich schlafe fast nichts mehr und so, ich brauche das. Sonst überstehe ich den Tag nicht. Du bist wie die Dicke bei Archer, oder? Du tust auch schon so Kokain-Pudding essen und so. Voll, das ist für meine Figur, alles nur für meine Figur. Ich war ziemlich früher sehr, 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 sehr mollig. Okay. Und das tut mir gut, siehst du? Die Hose passt jetzt. Ich brauche schon einen Gürtel. Bald. Bald. Bald noch, so. Ungefähr noch, so. Fünf Kilo. Sneefen und alles gut. Sind wir schon wieder in der Mission zufällig und ihr seid schon alle weg, oder? Der Chef. Der Chef chillt da vom Computer, guckt sich hier die Pornos an, der Pätsi trinkt alles. Ja, das sagt jeder. Das nennt man dann Arbeiten. Egal wem du fragst, ob er sich Pornos am PC anguckt, er würde sagen, nein, ich arbeite hier. Bisschen was für die Nase. Okay. Äh, Orca, nimmst du Heli oder Auto? Okay, jetzt geh ich auch unten. Kann ich diese Fahrstuhlsequenzding ganz klar nicht irgendwie überspringen? Ich muss das nicht unbedingt sehen, wie blöd ich auf den Knopf drücke. Und wie du aus der Tür unten rauskommst. Oh. So. Wir hatten schon mal besseres Wetter, ne? Egal. Wir sind die Society of Bad und hält nichts auf. Ja, außer, irgendwer, ja okay, das Auto, das driftet ziemlich im Regen. Oh fuck, ich sag uns hält nichts auf, ich komm hier nicht weiter. Du hast ja auch ein Auto mit Vorderradantrieb, das ist klar, dass das im Regen nicht rutscht. Nein, das ist Hockey. Hallo, ich komm hier nicht weiter. Okay, ja der ist aber cool. Das ist ja auch. Die... ...die... Oh okay, jetzt klitsche ich schon wieder hier. Ja, bei mir sah das grad aus, als hättest du übrigens den Unfall gebaut und auf einmal waren wir wieder auf der Straße. Das kann natürlich sein, Orca, du hast ja nicht das stärkste Internet, aber du hostest die Sitzung, also kann das auch daran liegen. Alles ist möglich. Ich bin da, ich hab's geschafft. Kann ich machen, ja. Das Wort dann Power-Auto schon, oder? Das ist Wort ein Power-Auto, oder? Das ist schon das Richtige, ja, okay. Ah, Lagerhaus ist da oben, okay. Warte, du stehst im Weg. Ja, ich brauch ein bisschen, gib mir ein bisschen Schwung, Baby. Oh, fuck, die schießt auf mich. Der Chef ist tot. Ist aber cool, wie du da rückwärts fährst die ganze Zeit. Haha, naja, ist, 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 gehört so. Ich dachte, du fährst jetzt bis ins Lager so vor mir her. Na, ich geb dir nur Deckung. Weißt du, ich, ich lenke das Feuer auf mich, damit du freie Bahn hast. Ups. Weg da, Polizei, weg da. Warte, warte, ich hole ihn. Zack. Oh, perfekt. Ich hab ja gesagt, ich geb dir Deckung. Jetzt hab ich im Spiel dasselbe Wetter wie vor der Tür. Ist ja praktisch. Ist egal. Ah, ah. Ah, ich mach das. Ah, Zeit, ich mach das jetzt ziemlich gut hier. Warte. Schaffst du das vorbei? Warum ist das, schaffst du? Wenn nicht der Gegenverkehr wär? Egal, kein Ding. Das schaffst du. Denn du hast das selber Auto nochmal mitgenommen wie ich. Ja, aber mit Absicht. Das ist gut. Ich dachte schon, ich hätte sie nicht reingeschubst. Nö. Nö. Man. Also Straßensperren machen es hier gerade keine guten. Die stehen irgendwie immer an der Seite. Auf dem Gehweg. Das ist ja easy. So. Ich fahr da mal im Lager erst mal vorbei und dreh meine Runden. Da musst du ja die Bullen loswerden. Stinkt ja. Da, 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 da. Ich verfolge einfach ihn, Patsy. Ich ruf so lange mal Lester an. Es wird wahrscheinlich aber mehr kosten wie Lester. Ah, ist schon weg. Okay, ist schon weg. Gut, perfekt. Oh, yeah. Perfekt. Also die, was wir jetzt insgesamt im Lager haben, oder? Medikamente. Drogen. Drogen. Oh. Aber eigentlich... Läuft, wenn ich mal sowas reinhabe, werde ich da zum Hike. Das müsste doch dann noch viel mehr wert sein, wenn wir es extra geklaut haben. Dann kann er zu. Hörst, Patsy. 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 Was machst du da gerade, Socki? Willst du ein Superheld werden? Komm mit. Patsy, willst du ein Superheld werden? Dann komm mit. Da, schau. Wenn du dir das reinpfeifst, wirst du zum unglaublichen Patsy. Wo bist du? Hä? Komm her. Oh. Das musst du dir reinpfeifen. Okay? Das sieht aus wie Us. Du wirst zum unglaublichen Patsy, wenn du dir das reinhast. Ich bin ja schon der unglaubliche Patsy. Ja, unglaublich. So wie du schon Captain Zockopf bist, gell? Captain Zockopf. Und die Knickerpocker-Bande. Hey, wo ist mein Auto hin? Keine Ahnung, ich komme auch noch mit. Da ist genug Platz. Oh ja. Das ist geil. Dann gibt es gleich mehr. Oh, Handtäure, genau. Wenn du keine Kohle brauchst, dann gib sie mir. Wir sagen nie Nein zu Geld. Ja, es ist okay. Nee, ich bin Geldgeil. Bin ich auch, aber nur weil ich keinen Zack. Ja, man kann so Geldgeil sein, wenn man keinen Zack hat. Wenn man dann Zack hat, dann brauchst du es ja nicht Zack, ne? Stimmt irgendwie, ne? Wobei die Teorie stimmt ja auch nicht ganz, weil du bist ja trotzdem geil auf eine Frau, obwohl du eine Frau hast, oder? Deswegen stimmt die Teorie nicht ganz. Oh, hab stehe ich auf Männer, weißt du? Weil irgendwann wird es langweilig, oder? Ja. Also jetzt möchte ich mal ge... Oh, ich glitsch durch Türen. Oh Gott. Wieso kann ich nicht einfach so reingehen? Ich verstehe das nicht. Wir müssen immer eingeladen werden. Das ist blöd. Ich dachte, ich wäre ein super cooler Mitarbeiter. Also in meine Arbeit komme ich so davor rein, obwohl ich der Chef bin, oder nicht? Und wieso öffnest du nie Türen? Du kommst jetzt mit, du wirst bestraft. Komm mit. Esmeralda, komm jetzt mit. Die will nicht, die will nicht. Ich hab's auch schon versucht, Saki. Du. Du und ich. Gemeinsam sind wir. Unglaublich. Yeah. Buddy. Everybody. Gut. Dann wo... Die Sekretärin soll jetzt endlich kommen. Ich muss mich amüsieren. Eine Minute lang. Das geht. Das krieg ich jeden Tag mit. Ja, das hab ich schon gesehen, wo du aus dem Fahrstuhl rausgekommen bist. Manch, vorn war die Karte noch komplett frei. Verstehst du? Das hat der Zocke seinen Koks schon auf der Karte verbreitet. Das ist ja Wahnsinn. Du mal deinen Koks von der Karte da runter. Nee. Das geht nicht. Das ist die Markierung da, wo ich das andere Koks versteckt hab. Genau hier. Im Wasser. Meinst du, oder? Ja. Im See. Dann musst du tauchen gehen. Dann kriegst du das 150.000 Kilo. Kilo Koks. Schau mal her, wie meiner ist. Auf dem Stuhl hockt so quasi. Nee, ich will jetzt nicht. Nö. Keine Lust. Hm. Nein, Zocke, ich spreche nicht mit dir. Äh, äh. So. Oh, guck mal. Man kann sich sogar auf dem Stuhl drehen. Wuhu. Wurschen, jetzt passen wir ja auf, geil. Da ist das Koks. Kann ich drauf zeigen? Nee, kann ich nicht. Ja, Chef. Ja, klar, da musst du den Chef schauen. Was haben wir zu tun? Hm. Okay, ich verstehe. Ja, mein Nacken juckt. Okay. Der Bätsel riecht an seinen Fingern. Okay, gut. Okay, der Chef steht auf. Wir haben was zu tun. Wir haben einiges zu erledigen. Ich bin dabei. Ich mach mit. Aber wie man schön den Stuhl wieder hinschiebt, gell? Setz dich hin, Junge. Jetzt setz dich doch hin. Muss ich hinter dem Stuhl stehen? Ah, ich muss hinter dem Stuhl stehen. Nein. Aber wie ich da sitz. Ich meine, er will nicht. Ich würde gerne einen Kreditaufnehmer bei Ihnen. Ist das möglich? Oh, schau mal her, wie er schaut, ob er saubere Fingernägel hat. Ich brauche 2,50 Euro für den Döner. Ist das möglich? Mein Stuhl hat ein Loch. Ich kann hinten meine Jacke durchsehen. Das ist das Furzloch. Nee, ich will jetzt nicht. Hm, hm. Der Petsi weiß nicht, wie er sitzen soll. Nee, ich muss aufs Klo. Guck mal. Oh, ja, oh, ja. Yo, Bro, was geht? Ja, ich glaube, wir müssen los, oder? Ja, wir haben einiges zu tun. Der Chef wartet. Was eine Lohnkürzung. Kriege ich eigentlich Lohn? Kriege ich Gehalt? Bin ich eigentlich versichert? Hallo? Ja, aber krank kann ich trotzdem werden. Ich gründe eine Crew und setze einen anderen Arbeitsgeber dann in der Firma ein. Das ist nicht mal outsourcing. Das ist, weil die Leute es auf den Chef abgesehen haben, damit du keinen Stress kriegst. Das ist vollkommen richtig, so was du tust, Petsi. Ich finde das voll intelligent. Dann tust du es nicht. Ich muss kurz was machen. Ah, Gott im Himmel ist das geil. Doch. Prickeln in der Dose. Da, wo die Waldquelle entsprückt. Ah, ich glaube, wir müssen schon wieder aussteigen. Nee, glaube ich nicht. Auf wen schießt denn du? Achso, achso, holst du den LKW? Ich fahre mit dem Orca mit. Oh, okay. Okay, kein Ding. Haftbombe, Haftbombe. Oh. Oh, wir sind... Wieso sind wir tot? Ja, Haftbombe, Haftbombe. Petsi macht es sich einfach und dann ist er tot. Nein, 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 Moment. Wir sind in die Luft geflogen. Ich habe aber noch nicht einmal geschmissen. Okay, dann war es der Hydra-Jet-Pilot. Ich kann ja gar nicht schießen, so wie der Orca herumglitscht. Ich habe kein Fahrzeug. Moment, ich habe nur noch ein Fahrzeug dargestellt. Kann ich das hier einfach mehr anfordern? Die Red Hood Gang verfolgt uns. Sobald ich ein Auto habe, komme ich hinterher. Auto? So, ich glaube, es kommt niemand mehr. Ah, jetzt ist es da. Braucht etwas. Finde ich geil, dass der Chef selbst alles in die Hand nimmt, ne? Das erlobe ich mir. Wow. Wow. Gott, habe ich mich jetzt gedreht. Wie viele Überfälle oder Diebstähle muss man begehen, bis die Lagerhalle voll ist eigentlich? Aber ich weiß das. Okay. Hast du gerade ne Haftbombe gelegt? Orca? Äh, Ro-Hunter? Oder? Der Orca, bei dem ist es ein Reflex, ne Annäherungsmini zu werfen, wenn einer von uns hinter ihm fährt. Also, ich habe gar nichts gemacht. Achso. So, was haben wir jetzt mitgenommen eigentlich? Diese Kiste hier? Nee, oder? Die obere nehme ich an, oder? Kann ich eigentlich? Schmuck? Hm. Ja, aber wir wollten nämlich auch noch ne Spieleliste machen. Ja. Weil der Belsi und ich, wir haben noch einiges vor heute. Untertitelung des ZDF, 2020